Hallo und herzlich willkommen zu einer Runde Rage-Mode. Yo, ich zocke hier Minecraft Rage-Mode und werde doch gleich sterben. Ha, oder ich kriege ihn. Oh, da kam einer von rechts. Na gut, ok. Warten wir nicht scheitern. So, Punkt, alle weg. Nicht. Ui, den habe ich gekriegt. Ui, ja, ja, das macht man dazu. Ui, ja, ja. Weg hier, es ist mir zu heiß. Ja, 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 in meinem Haus. Oh, das ist mir. Was, Mimms? Das war's. Das war's. Das war der Umstand. Das war's. 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 Wow. Upsa. Ahava. Ich brane. Ich sterbe. Ahava. Shasha. Amat er nicht mit Axt geworfen. Dann sieht das ich gerade Punkte wurden mir wieder geklaut Ach Mensch, das kann doch nicht wahr sein hier Das gibt es doch nicht Hey Ah, das ist ja da Wow Ah Ach, ne Da bin ich auf 50 Punkte abgezogen Ah Tu, ein Mist aber auch An welcher Stelle war ich denn? Hey, Mist Ah, ich war es langsam Ich bin zu langsam Na gut, okay Und das war mal wieder Zwei Runden Rage Mode Ich hoffe euch haben die vorhin gefallen Und Und Ich freue mich auch am nächsten Mal wieder mit dabei Bis dahin bis zu euch viel Spaß Auf Wiedersehen, Bye Bye Tschüss